Hallo zusammen. Schnell ist es passiert. Eine Verstuchung. Eine Zerrung. Ein Beinbruch. Hüftenprobleme. Mach nichts. Meine Frau, Maja, ist ja Physiotherapeutin. Sie ist dazu da, das zu behandeln. Aber in der Zwischenzeit, bis es so weit ist, wollt ihr ja gleich mobil bleiben. Wir stellen ja Fahrzeuge für mobilitätseinschränkte Personen her. Und darum sind wir auf die Idee gekommen, dass man unsere Fahrzeuge auch ganz einfach mieten können muss. Und zwar auch stundenweise. Oder tagenweise. Genau so lange, wie es geht, bis es wieder verheilt ist. Wenn euch so etwas passiert, dann ruft ihr uns einfach an und fragt, was wir gerade da haben an Fahrzeugen. Und mietet es. So könnt ihr weiter mobil bleiben. Aber vor allem, bleibt gesund bitte. Tschüss.